Ihr Kind macht in den nächsten zwei Jahren Abitur? Dann kennen Sie das sicher. Ihre Tochter oder Ihr Sohn ist unzufrieden mit den Noten. Trotz Lernen stellt sich in den Prüfungen und im Unterricht einfach nicht der gewünschte Erfolg ein. Sie haben schon alles versucht und vielleicht auch schon viel Geld für Nachhilfe herausgegeben. Doch sie nützt leider wenig bis gar nichts. Das Wissen bleibt nur kurz im Gedächtnis Ihres Kindes und ist in der Prüfung wieder weg. Die Prüfungsvorbereitung ist trotz aller guten Vorsätze leider erfolglos. Außerdem ist es sehr schwer, im prall gefüllten Stundenplan der Oberstufe die Zeit für die Prüfungsvorbereitung zu finden und sie richtig zu organisieren. Weil die Motivation fehlt, lernt Ihr Kind oft erst auf den letzten Drücker. Und das ist das Ergebnis. Frust, Lernblockaden und keine Lust mehr auf Schule. Oft macht sich sogar schon eine gewisse Verzweiflung breit, denn Schüler und Eltern wissen einfach nicht, wie der gewünschte Erfolg in der Oberstufe und beim Abitur erreicht werden kann. Am Ende steht ein Abiturzeugnis, das durch schlechte Leistungen in den Prüfungen in Gefahr gerät und die Angst, den erhofften Studienplatz nicht mehr zu bekommen. Und selbst wenn die Noten nicht wirklich schlecht sind und ein Schüler einfach nur nicht sein volles Potenzial nutzt. Trotzdem ist es doch sehr schade, wenn Schüler deutlich besser sein könnten, es aber einfach nicht umsetzen können und sich so mögliche Chancen für ihre berufliche Zukunft schon im Teenageralter verbauen. Wenn Ihnen das auch nur annähernd bekannt vorkommt, dann habe ich eine gute Nachricht für Sie. Ihr Kind hat die Möglichkeit, sich deutlich zu verbessern. Denn wenn Schüler wissen, wie, ist Lernerfolg in der Oberstufe ganz leicht. Hier sehen Sie die drei Schlüssel zum Erfolg, die jeder Schüler kennen sollte. Erstens, Schüler müssen sich selbst organisieren können. Sie müssen ihre Zeit richtig planen, Aufgaben gezielt erledigen und Stress vermeiden. Zweitens, sie müssen schwierige Lerninhalte auch alleine verstehen und sich langfristig merken können, auch ohne die Erklärung des Lehrers oder Nachhilfelehrers. Denn in der Oberstufe wird selbstständiges Lernen vorausgesetzt. Drittens, außerdem müssen Schüler ihre Klausuren und am Ende die Abiturprüfung effektiv vorbereiten können. Denn nur so sind gute Noten in den Prüfungen überhaupt erst möglich. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Diese drei Schlüsse zum Erfolg und alles, was dazugehört, können Schüler lernen. Wie genau das in der Praxis aussieht, lesen Sie in meiner neuen Fallstudie von Durchgefallen zum Einserschüler in sechs Wochen. Wie ein Schüler der Oberstufe sich um acht Notenpunkte verbesserte und so sein Abiturzeugnis rettete. Hier erfahren Sie die wahre Geschichte von Felix, einem Schüler, der die neuesten Techniken aus der Lernpsychologie und Hirnforschung erfolgreich angewandt und so in der Oberstufe fast schon Unglaubliches geleistet hat. Ihre Fallstudie können Sie heute kostenlos anfordern. Hier sehen Sie, was Sie darin unter anderem lesen werden. Die häufigsten Probleme in der Oberstufe, die höchstwahrscheinlich auch Ihrem Kind das Lernen unnötig schwer machen. Die sieben Gründe, warum viele Schüler nicht die Noten bekommen, die ihrem eigentlichen Potenzial entsprechen. Sie werden sehen, warum Nachhilfe keine langfristige Lösung ist und oft sogar zu schlechteren Noten führt als vorher. Außerdem lesen Sie die sechs Schritte zum Erfolg in der Oberstufe und beim Abitur, die Felix erfolgreich angewendet hat und sich so in kurzer Zeit um mehrere Noten verbessern konnte. Deshalb, wenn auch Sie das bestmögliche Abitur für Ihr Kind wollen, dann fordern Sie Ihre Fallstudie jetzt kostenlos an. Klicken Sie dazu einfach auf den Link, den Sie bei diesem Video sehen und tragen Sie danach die E-Mail-Adresse ein, an die Sie Ihre Fallstudie geschickt bekommen möchten. Ich schicke Ihnen dann sofort eine Nachricht mit einem Link zu, unter dem Sie Ihre Fallstudie als kostenloses PDF herunterladen können. Ich bin sicher, sie wird Ihnen gefallen und Sie werden vielleicht sogar überrascht sein, wie einfach Sie Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn in der Oberstufe und beim Abitur helfen können. Zum Abschluss möchte ich mich noch ganz herzlich fürs Zusehen bedanken und wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.